Ihr wollt wissen, wo die Batterien hier hin sollen? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal kiffen. So, wir wollen uns hier wunderbar ein Lager setzen. Das ist mal wieder Lagerzeit. Cool. Wow. Das ist mal wieder... Ich hatte nicht vor Geist zu spielen. Da werden wir unsere Logistik langschicken. So. Wir haben jetzt zum Glück einen schönen Blueprint dafür. Wir brauchen 17 verschiedene Ressourcen nur für die Gebäude, die wir hier haben. Was ich von den Zahlen hier noch nicht ganz wichtig drin habe, fehlen halt noch die Sachen zum Öl und Wasser. Das habe ich jetzt noch nicht mit drin in meiner Berechnung hier, aber die kriegen wir auch noch mit rein. Und das heißt, wir setzen uns jetzt der Blueprint. Ich freue mich schon so auf die neuen Blueprint-Fähigkeiten, nämlich dass man hier erstmal hinstellen kann. Und dann... Oh, es fehlt noch ein bisschen was. Aber ich wollte ja sowieso erstmal nur... Ja, das wäre so die Höhe. Rotor und die... Haben wir sowas dabei? Garantiert nicht, ne? Das muss ich mir deswegen extra im Lager neu bauen. Es hätte so schön sein können. Shit. Verzeihung. Wie machen wir das denn dann? Was ich auf jeden Fall brauche ist... Gut, das ist jetzt der ganze Spaß mit Überlauf und Hassel nicht gesehen. Wenn wir eigentlich nicht brauchen, dann brauchen wir auch. Oder machen wir das jetzt eher im Primitiv? Ohne Publikum. Ja, komm. Dann gibt es das Primitiv-Lager. Industrielle Container aufstellen. Ähm... Dann setzen wir es da hin. Dann haben wir genug Platz, um den ganzen anderen Kram zu setzen. Dann machen wir es auch wirklich schön stumpf alles nebeneinander ab. So. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Gehen rüber. Das hier. Und machen uns. Bunkne. Wir sitzen. So. Sehr gut. Jetzt bräuchten wir für die intelligenten Splitter brauchen wir das Zeug. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Okay. Auch wenn ich mir das eigentlich alles schon da drüben reingepackt habe. Wir müssen unsere To-Do-Liste bearbeiten. Sonst habe ich hier keinen Überblick mehr. Ich mache mal eben alles auf null. Null. Ich habe ja Gott sei Dank den Plan gebaut. Dann machen wir jetzt nämlich folgendes. Wir ändern mal eben den Spaß um. Machen zwei Drohnenplätze draus. Weil wir brauchen ja einen drüben einen hier. Wenn wir sowieso hinfahren können wir den da drüben eben setzen. Dann können wir auch sagen wir brauchen auch definitiv für den Drohnen platzen Drohne. Dann machen wir jetzt eben diese ganze Logistik schon mal fertig. Und besorgen uns hier noch 18 Stück. 18. Dann kommt der Spaß hier raus. Wird da alles zusammengeführt. Geht hier lang. Ist halt wieder ein großer Spaghetti-Welt. Oder vielleicht. Ne. Machen wir so. Egal ob die dann schnell oder langsam leer laufen. Geht zuerst. Alles hier drin verteilen. Hier drin verteilen. Dann gibt es heute eine kleine Zugmache. Ja wenn wir eh schon dabei sind. Können wir auch direkt mal hingehen. Wir haben ja Zugmenü. Barplan bearbeiten. Aktueller Farbplan. Du kannst schon mal raus. Nach Van Ray wollen wir auf jeden Fall. Das heißt aber nicht Hamburg-Kaubmannhof. Van Ray ist richtig. Und wir haben hier. Sydney. Sydney muss dazu. Und Mexico City wäre dann der nächste. Quasi für den Rücktransport. Das sieht doch eigentlich nach einer ganz vernünftigen Geschichte aus. Änderung speichern. Nächster Bahnhof. Da stehen jetzt hier nur zwei drin. Ah weil ich ins Innenstieg erscheine. Autopilot ansteigen. Ja. 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 Das ist ein bisschen sehr stoppös könnte man sagen. Vielleicht habe ich es auch einfach zu nah dran. Aber macht ja nichts. Ist auch ein schöner Test. Einfach mal für die Strecke. Ja komm dann machen wir das wenigstens so. Gucken wir uns das jetzt was nochmal. Ich kann hier auf jeden Fall noch ein paar Signale mit dazwischen bauen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Wir dödeln jetzt wirklich unsere Zeit ab. Um da hinten den Einspaß fertig zu kriegen. Eigentlich ist das ein bisschen lächerlich finde ich. Aber gut. Das ist halt so. It is what it is. So jetzt bin ich hier vorne gespannt. So jetzt bin ich hier vorne gespannt. Hier bräuchte ich eigentlich noch mal eine Strecke. Die an dem Bahnhof vorbeifährt. Warum sollte ich hier durchfahren? Genau jetzt musst du wahrscheinlich warten. Dass der andere Zug kommt. Und da kriegen wir dann einen Unfall. Das ist äußerst unwünstig wie ich hier stehe. Müssen wir eben den Autopilot ausschalten. Und dich mal ein Stück zurück fahren lassen. Ja rückwärts bitte nicht vorwärts. Ist das alles hier dabei für ein Signal? Signal. Schön. Da ist so viel Text. Muss das hier eigentlich ein Block oder ein Pfad sein? Okay. Du sagst, der Block ist frei. Block ist frei, ist blöd. Dann muss es Pfad sein. Oder das Ding da muss weg. Das ist immer noch, ist frei. Dann machen wir hier mal Pfad. Pfad ist besser. Und du meckerst jetzt wegen Block hat wieder ein Signal-Typ. Dann muss doch dieses da unten wieder dran. Das ist ganz schrecklich. Schrecklich. Okay. Du musst Pfad sein. Pfad passt. Okay. Müsst du denn hier oben auch Pfad sein? Nein, du meckerst. Und du meckerst. Warum meckert ihr beide? Okay. Das Block ist frei. Block ist ja auch frei. Also Block kann hier nicht richtig sein. Was ist denn da zu? Das kann doch gerade nicht stimmen. Wie gesagt, wenn der da unten steht, fährt der andere halt frontal da rein. Das bringt nicht viel. Beziehungsweise der bleibt vielleicht da vorne stehen. Aber das macht auch nichts. Er kann ja nicht durch. Also diese One-Way-Strecke, die ist so ziemlich schlimm, was ich machen konnte. Das ist ja gerade mal mehr Spirale. Ich spiele gerade hinter sich. Das heißt, die kommt jetzt hier rum. Okay. Lassen wir ihn eben fahren. Und dann müssen wir uns in Zukunft wirklich mehr drum kümmern. Also auch wenn unsere Phase 4 dann irgendwann frühzeitig abgeschlossen ist. Egal. Wir ziehen das Projekt da hinten trotzdem durch. Wir wollen das ja schneller machen. Ich kann auch gerne hingehen. Genau. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ich die kleine Produktion für Phase 4 da oben ausschalten soll. Und ob wir die restlichen, ich sag mal 500 Stück, dann wirklich über die neue Anlage machen wollen. Jetzt warten wir erstmal auf den Zug. Gut fest hier durch. Dann können wir hier sagen, Autopilot anschalten. So, wir haben das jetzt hier. Hier scheinbar funktioniert doch irgendwas. Was auch immer ich jetzt hier oben richtig hingesetzt habe, keine Ahnung. Es scheint zu funktionieren. Wie der jetzt noch in den Bahnhof einfährt. Was so aussieht, dann ist ja gut. Vielleicht haben wir es aus Versehen doch korrigiert. Ich weiß es nicht. Aber dieses Gleis hier müssen wir definitiv bauen. Das wird eine lustige Aktion. Aber wir werden auf jeden Fall hier unten dieses eine weiter verwenden. Ich glaube, unser Punkt nicht über die Spirale brauchen, weil dann brauchen wir die nicht doppelt machen. Der Weg runter ist ja einfach. Aber schön, die Tiefen an der Stelle raus. Wir kommen da irgendwo zwischen dir raus. Also mit den ganzen Signalen habe ich immer noch ein Problem. Aber ich habe ja auch noch nie eine richtig gute Strecke gebaut. Kann ich auch dazu sagen. Das Erste, was ich jetzt mal sinnvoll und schön gemacht habe, war ja wirklich die Strecke hinten vom Hamburg-Hauptbahnhof nach Sydney und Mexico City. Das geht tatsächlich richtig gut von den Lippen. Diese Städtennamen zu verwenden. Städtennamen. Schwieriges Wort. Städtennamen zu verwenden. Städtennamen. Es rucke ich wieder hin und guck mal, ich suche mal wieder zu hause. Dafür würde ich mir ja auch noch eine Schnelltaste wünschen, bis ausschalten. So. Ähm, wäre ich clever gewesen, wenn ich das zu euch natürlich alles drüben gelassen, ne? Dann hätte ich nämlich jetzt auch Platz im Moment. Egal. So, was braucht man denn eigentlich für das? Wir legen mal das da rein, das da rein, das da rein. Computer brauchen wir nicht. Supercomputer brauchen wir nicht. Okay, die können wir behalten, weil die brauchen wir tatsächlich. Okay, dann haben wir soweit alles drin. Als erstes machen wir mal. Ich finde das immer noch. Wo müsste das denn hin? Wir sind doch anderthalb bei. Das heißt, ich müsste den eigentlich genau an diese Kante setzen, in der Höhe. Dann würde man das hier auch ausgucken, dann sieht das nicht so einsam aus. Ich denke noch. Ja, vielleicht ziehe ich das tatsächlich nicht durch. Können wir doch eben machen, oder? Das machen wir jetzt recht. Also erstens, wir machen mal eben die Energiefragmünze. So, haben wir die schon mal fertig. Dann, ähm, wir müssen hier in die Aluminiumgehäuse gehen. Die haben wir direkt hier. Dann haben wir einen mobilen Miner, den wird schwere Kanon. Dann setze ich den Miner. Dafür brauchen wir Stangen und Platten. So, die Liste ist bewusst von unten nach oben durch, damit ich nicht irgendwie noch mal was übersehe. Da zeige ich einen mobilen Miner. Äh, da. Funksteuereinheit. Und sechs, genau. So, wir haben das jetzt die Funksteuereinheit. Ich könnte gleich noch mal gucken, dass ich dann größere Schilder finde. Oder also, dass ich das Material für größere Schilder mitnehme. Ähm, für die vier Stück, dann können wir das da hinten am Bum-Bum-Becker-Kreisel auch ein bisschen schöner machen. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die wir durchgekochen haben. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das auch. Ja, das macht so Sinn. So, sehr gut. Ähm, davon nehmen wir einen Stack mit. Das können wir hier machen. So, dann, äh, wie sieht das eigentlich aus? Da oben drauf wiege ich auf jeden Fall. Und oben dort. Den sitzen wir auch gleich noch. Hier Motoren. Motor. Motor. Motoren sind da hinten. Hier Motoren. Das sind alles so Sachen, die mich gerade nicht erfreuen. Egal. Egal. Drohnen haben wir Platz. So. Du bist, ähm, Montage Leitsysteme. Hier müssen auch Batterien rein. Und hier kommt die Drohne drauf. Ähm, haben wir hier eigentlich, ich meine für irgendeine Produktion, hier brauchten wir doch Batterien, oder? Kamen die nicht hier sogar an? Irgendwo? Was brauchst du hier alles? Und was fehlt hier? Was fehlt hier? Es fehlt an Aluminium. Achso, weil ich hier drin nicht drin habe. Okay. Das erklärt es natürlich. Ich hätte ja spüren können, dass hier irgendwo schon Batterien hingeleitet werden. Guck, die Zeitung der Zeit sattet. Ich verfolge mich jetzt von da hinten. Da ist der Drohne-Port. Oh. 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 Du bringst gerade. Und so. Okay. Batterien gehen hier rein. Ups. Batterien gehen hier rein. Batterien gehen da raus. Batterien gehen da raus. Ah, du warst, dass der Batterien gekriegt hat. Gelucht. Ich hab da eine Idee. Ich brauch dafür gleich nochmal Material. Aber wahrscheinlich werden wir diese Idee, ja, für Beton und so. Okay. Oh, ist wieder Luft. Scheinbar bist du hier nicht fleißig. So. Und da geht nicht viel weg, aber passt schon. Ähm. Wie machen wir das? Was? Also. Ich hol jetzt erstmal Zeugs, aber ich würde sagen... Ja komm, holen wir. Kriegen wir los. Wir haben jetzt alles mögliche, was wir brauchen, um Masten zu setzen und ein bisschen durch die Gegend zu... Riesen. Also wir brauchen ein Band, das da rüber geht. Da ist... Ist zwar schon eins, aber ich will das nicht voll machen, weil sonst stoppt das und dann ist das doof. das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir machen ein neues Band, das da hinten hingeht und Batterien liefern. Ähm, wir brauchen Beton. Ein Sack wird reichen. Davon nehmen wir mal was mit. Das fällt mir ein. Der Beton da unten, der müsste auch mal... Okay, das steht da. Warum steht unser Zug? Das ist schlecht. Also... So richtig funktioniert das alles noch nicht mit den Signalen da hinten. Warum bewegt sich der Beton nicht? Weil eigentlich müsste doch hier... Beton reinkommen. Ja, das ist auch schlecht. Warum wirst du nicht aufgefüllt? Im Moment ist eine ganze Menge schlecht hier. Ich muss unbedingt dieses Gleis in Ordnung nehmen. Ich mach das Signal da raus und es gut. Das wird jetzt schon irgendwie funktionieren. Wir kriegen das schon hin. Ja, ich darf vorbeifahren, Signal rausnehmen. Fertig. Ähm... Die Überlegung wäre, ich könnte das ja auch mit auf dieses Band hier drauflegen. Aber hier kommt halt das Produkt von dem raus. Das heißt, wenn ich da hinten auf einmal die Batterien nicht mehr benutze... Ich will sie nicht schreddern, weil dann laufen die kontinuierlich durch. Aber dann wird das hier alles stehen bleiben. Das ist doof. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. So. Wir setzen das da drauf. Wir setzen hier ein... ...Förderbrenzucker drauf, für den die Kabel fehlen. Ähm... ...irgendeiner von euch hat sich... ...Mastkabel, aber die fehlt... ...hier fehlt um. Ähm... ...hier zu schnell weg. So. So, wir haben gerade eine Menge Probleme. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Das gefällt mir so überhaupt nicht. So. Also kabeltechnisch, das wären wir nicht von hier aus. Warum der Beton gerade nicht eingelagert wird. Verste ich auch. Müssen wir jetzt als nächstes nochmal eine Episode machen, wo ich einfach nur hier alles wieder in Ordnung bringe? Das wäre nicht schön. Auf die Drohnen hin und her. Aber wahrscheinlich ist das so. Aber wie gesagt, bis dahin könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Naja, ob ich bei... ...das da oben... ...einen Spaß ausmachen soll... ...oder nicht. Oder wisst ihr was? Ja, schreibt's rein. Ich mach das jetzt erstmal. Und dann können wir uns immer noch drüber unterhalten, ob das eine gute Idee war dazu oder nicht. Und so. Und so. Und so. Und so. Für mich haben wir ein paar заявige Bescheid. Und so. Kannst du einfach das auch mal unterhalten. Ich habe das hier. Das ist das echt. Wir machen das hier. Wir machen das hier. Bis jetzt. Wir machen das hier. Und das hier. Ich bin so auf den letzten Zentimeter hier gezogen. Okay, ich muss da hin. Da. Okay, die Materie ist anders. Erst die Dinger setzen, dann nochmal los und den anderen schossen. Oh Mann. So, da ist unser Besidee-Teil. Und die Drohne ist schon mal gesetzt. Da wird dann hoffentlich auch genug eingeliefert an den Batterien. Für alles, was sollte eigentlich. Aber wir haben ja einen guten Puffer da. Das sollte passen. Ich muss jetzt einmal ein Stack holen. Ich weiß gar nicht, was ist denn ein Stack? 50, 100, 200. Ach ja, du brauchst auch noch Strom. Perfekt. Ja. Okay. 200, 500 hat jetzt nicht sein, oder? Perfekt. Du kannst dann genug mitnehmen. Du kannst dann genug mitnehmen. Das riecht dir jetzt schon mal schön an. Dahinten passt auch. Wunderbar. Okay. Ähm. Ähm. Noch eben machen. Wie gesagt, hier kommen dann die Endprodukte drauf. Das heißt, wir gehen hier hin. Wir fahren hier ein. Merger hin. Lassen wir das an die Kante gehen. Wir schalten dich aus. Du mach ruhig weiter, das ist mir egal. Aber hier, dich machen wir aus. Dann erledigt sich unser Kabelproblem hoffentlich auch für Zeit. Hier kommt der Kollege mit dem Eingang dort. Und du holst dir dein Material, was du rüberbringen sollst. Ganz einfach. Und gut. Sehr gut. Also, wenn du es eingeht, geht hier rum, da drauf, geht unten auf das gleiche Band. Geht dann runter. Dort an den Rand. An den Rand. Ist ein. Merger. Und hier noch ein Splitter drauf. Einen absolut bescheuerten Band da drauf. Ja. Ist ein bisschen Spaghetti. Und geht im Zweifel weg. Das war eine dumme Idee. Da kommt ein intelligenter Splitter drauf. Ein mehr also. So. Der geradeaus die Montageleitsystem schickt und links raus den Überschuss. Und dann kommt dort ein Band dran, das da reinkommt. Der Überschuss wird da hinweggeleitet. Also, wenn das hier voll ist, voller da raus. Ist mir egal. Wunderbar. Okay, wir haben wenigstens die Seite schon mal angeschlossen für das, was wir irgendwann mal vorhaben. Schön. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocken nicht vergessen. Naum wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen. Tschüss. 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 Tschüss.